Ja, hallo Leute, jetzt kommt zu GTA 4 mit mir, Isak AP und mit... Mir, dem LPDO5, hallo! Hallo! Ähm, ja, diesmal mit wenigen Abonnenten, weil wir das nicht angekündigt haben, nur per, äh... Bulletin und Facebook. Weil der Sinn ist einfach dahinter, man kann ein bisschen sinnvoller Sachen machen und, äh... Naja... Richtig. Wir gehen auf den Flughafen. Ich, ich lade jetzt schon mal ein paar Leute ein erstmal. Ja, haben die dich eingeschrieben? Die sind online in GTA 4 im Spiel, also heißt das, die wollen mitspielen oder nicht? Ich hab keine Ahnung. Ich kann ja auch mal gucken. Geh einfach unter Freunde und guck, wie viele da gerade in GTA 4 drin sind und... Dann lade mal den mal ein, hier so, komm, bab. So, bei mir ist einer online in GTA 4, die anderen sind alle offline. Oh, Headshot PLX. So, äh, ich... Nein, ich fahr nicht mit dir, ich will mein eigenes Auto. Den da. Wo sollen wir in den Flughafen? Oh, das war der da! Wow! Flughafen? Ja, Flughafen. Markier du mal bitte. Ich hab schon, aber warte. Das bringt mir ja nichts, stimmt. So, jetzt hast du... Fahr dir... Ne, ich... Oh, meine Tür ist ab. Fahr mir für hinterher. Ja. Ich mach besser nicht meinen eigenen Channel ab. Hab ich überhaupt Musik an? Ne, hab ich nicht, gut. Ich mach mal kurz das Audio ein bisschen leiser beim Spiel. Nicht wundern, dass das... Das ist irgendwie komisch. Ist das Standard, das GTA beim Aufnehmen 20 FPS hat? 1320 FPS mit Shader, Ultimate Textures. Ja klar, das ist aber, glaube ich, Standard so, dass ich auch bei San Andreas so, dass das ein bisschen ruckelt. Oh! Ich weiß mal, ich hab letztens einen Kommentar gesagt, äh, holt ihr besseren PC, das ruckelt ja nach. Mein möchte ich nicht, Oli, ist aber auch egal. Ist nicht... Okay, ist wurscht eigentlich. Mach's einfach. Wenn er mich so unbedingt hören will, Sprache. Das ist ja eine geile erotische Stimme. Hören möchtest... Das ganzes Mochabend nach 12 Uhr hat Oliver ein Hotline. Ich möchte Ruhre schießt auf mich. Die haut gerade ganz schön ab. Ich hab nur kein Verwohlen, das habe ich Pech gehabt. Und ich hatte was auf die... Äh, Audio... Mikrofone... Ja, Oli, macht das gerade an. Hallö. Hallöchen. Ja. Batsch. Man hört mich immer noch nicht, warte. Ich hab das schöne Beule, danke dir. So. Hallö, muss man nicht... Man hört mich nicht. Man hört das Spiel verlassen, Pokémon-Ball. Das war dämlich, weil wir dich jetzt wieder einladen müssten. Ich mal. Was machst du da? Nicht, nicht auf fremde Autos drauf. Anscheinend hört man mich nicht. Egal. Es wurscht, Fahr. Schon muss ich dafür neu ins Spiel kommen, aber dafür habe ich keine Lust. Es war heute nicht so wichtig, aber nicht. Ach. Du hörst mich. Also wer jetzt rumjammert, der jetzt in die Videos sieht, ich war nicht dabei und sowas. Wir kündigen das immer direkt während der Aufnahme an und nicht mehr jetzt so direkt, weil wenn da so 20 Leute oder sowas bei sind, erstens auf den Server dann nicht mehr so wirklich vernünftig. Und zweitens macht es nicht so viel Sinn mit so vielen Leuten, um das zu machen. Und zweitens klicke ich gerade voll fail in der Freundesliste. Ach, der ist schon im Spiel. Ja, hör auf zu schießen. Guck mal, Boy ist schon eingeladen. Nur noch den Terminator. Ach, da war noch einer. Warte. Zeichen, Karl. Und du, mit dem Heck gegen die Fruchtur. Und anklopfen, warte, und klopf. Ja, komm, wir müssen hier rechts. Okay. Ich glaube, ich hole mir mal einen Medikit. Wäre ja ganz eine gute Idee. Wenn solche Idioten auf deine Reifen schießen, ist das echt schon asozial. Oh, Benji. Das sagst gerade du. Ja, ich weiß, ich hole mir einen Benji. Darf ich mitfahren? Nein. Okay, da musst du, du hast ja markiert, ne? Ja, steig an. Warte, ich fahr das Video. Ich bin eine Frau, ich kann nicht gut fahren, das musst du dir merken. Ich hab mein Anzug an. Ja, was hat das zu tun? Mein Anzug passt zum Auto. Ja, aber mit den Fingernägeln kommst du hier nicht rein. Jetzt markier mal bitte. Ey, du Assi! Termin hat heute in eine Nachricht. Warte, ich muss mal kurz gucken. Termin hat heute in eine Nachricht. Fahre einfach gerade aus. Termin hat heute in eine Nachricht geschrieben. Ich gucke auch meine Nachrichten an. Achso, ich soll den einladen. Scheiße, warte kurz. Hab ich nicht installiert, aber... Du hast ihn eingeladen. So, los geht's. Und nimm dir... Beide geht ja viel auf, Reu. Ja, tun wir. Mach mal deine Tür zu, du Assi. Mh, mh. Und fährst du? Mal geplant, dass ich das Auto mitnehme. Tomorrow Microsoft has birthday. If you send that message, you get 6.000. MP. Die Nachricht habe ich auch bekommen. Wo ich noch eine Nachricht mache. Oh Gott, 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 oh Gott. So, so, es ist Gott ist uns voll. Lecken. Ja, den lecken. Wir sind gerade unten gekommen. Ach egal, ich hab mich einfach ran. Ah, Lecker. Was geht denn? So, siek. Höh. Oh, frische Luft. Rischlauf, soll ich mich mal beschlagen? Hast du da, dass du da warst? ja komm, mach, mach, mach! Skill, go here! Weiter geht's! Pokémon-Boy ist bei 3 Hallo Pokémon-Boy, wie geht's dir? Gegenverkehr! Oh shit, wow! Oh Gott, oh Gott, oh! Das war schön hinten drauf! Und man erkennt den Fast-Deal Aus Need for Speed? Ich glaub, das Audi wird noch ein bisschen hochgegen, man hört das zu sehr Okay Jaja, man darf dann die Stimme nicht hören im Let's Play Und hier rein, ne? BAM! Eingeparkt! Oh, das Auto qualmt, ist das gut? Oh! Hallo! Warte, was? Hallo! Ah, die Geräusche! Was machst du da? Oh, die ist von uns gegangen Das hast du ganz toll gemacht! Was hast du da grad gemacht? Meine Mutter kam ins Zimmer Ja, sehr dezent und leise Die Geräusche Und dann hat er sich die Geräusche aufgemacht BAM! Ist doch unterhaltend! Hat ungefähr so'n Lautstärkefaktor wie unser Auto, als es sich so erschlagen hat Was macht der da? Hohoho! Ich stelle das Audio ein, plötzlich dreht er sich da vorne rum und überfährt dich von das Karacho Rache Rache Er wäre uns überfährt, der wird gekickt Ich war jetzt ernst Pokémon, weil ich würde es lassen Außerdem habe ich einen Helikopter Na gut, ich kann damit nicht fliegen, aber ich habe einen Helikopter Pokémon Ball Mach du das! Ich habe gerade sein Auto kaputt geschossen Oh Gott! Wow 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 Wenn wir fliegen könnten! Also ich kann fliegen, teilweise Komm wir machen, kriegt der Titan Ich versuche gerade meinen Hubschrauber aufzukriegen Wow, Alter! Nein, 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 nein! Ah! Ich trockle eh schon, hör auf damit! Wir haben uns gerade was explodiert Meinst du, schafft es auf dem Flugzeug zu landen? Komm schon, komm schon, komm schon! Stehen bleiben! Raus! Ha! Ich bin oben drauf! Ich bin oben drauf! Ah nein, 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 nein! Ich bin drauf! Ich steh auf! Hör! Guck mal! Hör! Na? Ich schaff's! Bis da vorne! Wie das aussieht! Warte, ich spring zu dir! Krieg mal nah ran! Ich spring an deinen Helikopter! Oh! Oh! Pokémon Bay ist sehr riskant, den Ball! Komm! Au, 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 au! Ah! Hilfe! Au! Vorne im Auto! Wie hat er das jetzt hingekriegt. Ja, er hat den Heli gebracht. Die Heli gebracht? Mhm! Aha! Davon ist ein Fernläschen! Aua, 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 Hilfe! Ferrari-Verschnitt, wie heißen die Dinger nochmal? Turismo. Was, wo ist ein Sultan S? Ah! Hau ab! Du nimmst mich mit. Ja. Na, du mit deinem Turismo. Guckass. Also ihr beide hört uns, ne? Pokemon Boy und Headshot PLX. BAM! Schön seitlich rein. Hör auf, du Assi! Hör auf zu schießen, du Ding! Pokemon Boy, wir kicken dich! Komm, den bleibe ich rein. Ey, der hat unseren Reifenklatt geschossen in der Luft. Ja, ist doch schön. Wow! Style. Und das Geld. Na, Geld weiß ich nicht, aber... Ich hab Geld. Ich hab auch Geld. Pokemon Boy, wir kicken dich. Das ist jetzt kein Scherz. Einfach sein Sultan. Er ist kaputt schießen. Das ist ja traurig. Guck mal, wo vorne rechts der Reifen ist. Äh, vorne rechts. Ja, der hängt ziemlich im Ortkassen bei dir. Bei mir nicht. Okay. Oh shit. Oh fuck! Was geht denn mit der Karre ab? Ja, ein Motorrad! Ist klar! Äh... Ich will ein Motorrad haben. Das ist gar nichts willst du. Du bist ein Stück. Aber wir haben uns wieder nicht überschlagen dafür, dass wir eigentlich ganz normal gelandet sind. Ja? Tunika Keim. Ja, guck mal, wie das auch hier entsteht. Andere. Oh, tauschen wir? Ich? Ne, hier Headshot. Ich mag grün. Ihr kriegt mich nie, ihr Schweine! Dankeschön. Ihr kriegt mich nie, ihr Schweine! Ah! Haha! Warte, ich komm mal zu euch. Du kriegst mich nie! Ich schrottet einfach den Scheiß-Sultan! Uh! Das war steil! Warte, ich komm mal, ich komm auch über die Schwanze! Warte, da komm ich! Oh nein, Tragfläche des Flugzeugs! Ähm, ich bin... Guck mal! Ich hab mich so beschlagen, dass ich mit meinem Dach auf dem Dach des anderen Autos gelandet bin. Hallo! Wo bist du? Hier! Uuuh! Ich hab nen Reifen-Cut! Bam! Uuuh! Das Auto hat jetzt einen sehr kraschen LKW! Uh! Waaah! Schönen Schönen Pokémon Beute Schimmelkuss und Franchise Keiner will mein Freund sein Pokémon Beilass ist Alter ehrlich German Zero Kill ist der gerade in GTA 4 Jahrhundert Hörst du auf? Tschüss Oli Was? Ich hab kurz geleckt Alter Gua wo ich stehe Oli Rette mich mal bitte ich stecke fest Hallo Guck mal wo ich stehe War ich mal nur geleckt und hast mich da reingeklitscht Ich hab keine Nachricht bekommen Ok Tobi Die Terminator Ja ich komm da schon irgendwie wieder raus Man muss trotzdem nicht die Karre zu kloppen Hallo danke Du kommst dann nicht raus Guck mal was hinter dir ist Die schieb mich gerade raus Halt mal ein bisschen drauf Tun die keinem nochmal draufkloppen Einfach draufkloppen Los Ja nicht so Ihr seid nicht mit meiner Kuscheln Jetzt Danke Ja mal bitte Jetzt hab ich ein Danke Hab es Ist schon gut Ich nochmal nachhelfen Hallo Oha Aber die Karre fährt nicht mehr wirklich Da ist alles rechts kaputt Links kaputt Oh Oh Woh Woh Ja, ich weiß. Immer, bei jedem Let's Play. Oh, ist das Schild? Pokémon, du bist ein blödes... Auch bei Need for Speed? Ach, sieh doch. Auch bei Need for Speed to Run? Nein, gar nicht. Nein. Boah, mein rechter Reifen ist hinten im Arsch. Er nimmt auf, wir beide nehmen auf. Natürlich. Oh, shit! Da wollte ich ihn abdrängen, das hat nicht geklappt. Na? Ja, ich bin jetzt hier irgendwo neben dem Flugzeug gelandet. Hallo. Warte mal, Oli. Hallo. Meine Keime. Hey, toll! Komm, ich bin rein. Ich hab' den Syracuse beigetreten. Guten Tag! Wer ist denn das? Hallo. Oh, Gottes Namen. Ja, ich wollte überholen, der kam dem Eck gegen geschossen. Siehst du, mit weniger ist das viel geiler. Ich bin jetzt hier rein. 结at. S S S S S